Tata Tata Vergaset die Jungen! Tata Tata Das ist so geil Mach mal jetzt mit den Türken, Alter Das ist so geil Mach mal Mach mal Mal mit Alter und dann macht du Fakten Alter Tata Alter Tata Ey kommst du kurz machst du Fakten Tata Tata Ich bin halt, Alter Mann, meine Kuh ist Kacke Weil meine Kuh ist Kack Meine Kuh kann nicht Kacke La da da Tata 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 Meine Kuh kann nicht Kacke Am gonna電Wellen nach Experimentael Ich mach heute Experimenta Experimenta Weißt du – so kannst du meine Kuh mal Kacke die Kugel dann habe ich mich gefragt warum er nicht rauskommt das ist so geil obwohl meine Kugel bei mir beim Kackenzug gekauft hat und ich sehe mich nicht gut genau so mit meinem Hund er kann auch nicht mehr bitten er kann nur noch was anderes machen das ist genau so wie bei Schnaubert mein Schwert ist sowieso um links du bist so behindert ich will nicht behindert ich war experimentant mit deinem Schwanz oder? nein mit meinem Pullermann das ist genau die gleiche gar nicht das ist so geil meine Kugel kann nicht kacken meine schon meine nicht das ist so geil ich kann nicht mehr die Gier U단 ich kann sie nicht swipe ich sag ihn did ich darf ich mache nichts war wirklich das steht das steht bloß nur durch Laborexperimental entstanden und deine Mama auch deine Mama ist nicht gut im Bett hat mir grad mein Vater gesagt das verstanden deine Mama ist nicht gut im Bett das hat gerade mein Papa gesagt äh sorry ich bin also wie meine Mama die kann mir auch keinen Hut mit Tomaten so was mehr machen weil die Behinderung im Rollstuhl kommt nicht mehr an Herd dran Kürtel er ist für niemanden die Türken sind immer noch am gelten was für Türken? ich bin kein Araber, ich bin Deutsch ja hat man doch, oder? nee doch jeder Deutsche hat auch eine Kusi nicht da sind weil sie keine Änder sind also Simon nicht sie muss gucken sogar pissen genau so komisch wenn man bei uns sagt oh mein Gott dann muss man sich immer entscheiden weil es heißt oh mein Allah das ist voll geil immer wenn du Oma gesagt hast musst du dich entschuldigen auch bei dir im externen Moment denken wenn ich nicht bin hihihi 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 scherf Ausländer ich bin kein Ausländer, ich bin Deutscher hihihi 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 meine Mama ist ausländisch meine ganze Familie ist ausländisch ich wurde in die Rheingeboren und ich bin nicht ausländisch ich bin Deutscher Ich hacke, ich bin deutscher. Warum ist der Himmel blau? Warum nicht gelb? Und schwarz? Warum ist die Sonne gelb und nicht blau? Dieser orange, du Vogel. Warum ist die Sonne gelb und nicht orange? Halt die Breche, Alter. Simon ist nur Experimentante. Ne, versteht das Experimentante? Kann ich doch. Ne. Habt ihr gesagt? Halt die Maul. Hä? Habt ihr gesagt, ich kann mein Maul halt. Jedes was zu mir machen. Alter. Häh? 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 He? Hey, mach nochmal das mit der Hochzeit, Alter. Das ist so'n geil. Was? Das heißt Hochzeit. Das heißt Hochzeit? He? 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 He Becky gibt's nicos. He? He? Hơi da, da, da. Da, 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 da. Fällt ich auf die Freuden?! Dann weiß ich mich nicht weiter. He? 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 H Serbia gut darauf stimmen mit ProfimAL, da, 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 da weiter... Lass mal jetzt mit Filmen beat Mann in Which I can see. Milch Habs Alter halt du mal jetzt ich kann nicht mehr Wie ist denn das? Wie ist denn das? die 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 scheiße ich weiß haare scheinbar jemand ist durch extra in mein Tänter ich bin ich bin gar nicht mach dich nicht über meine Sprache lustig mal gar nicht doch ne ne wow Jemann du bist ins Verhalten das hat dir eben deine Mama gesagt man braucht meine Texte zu klaren hast du deine Texte? du bist Rapper ja? Serious Simon dann ja aspect während das ist sehr auch Oh, 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 Jacqueline, die Fresse und seid boh, boh. Ich dachte, Simon, noch die Fresse schleicht.